Hallo Leute, eine Vergiftung mit Schwermetallen kann eine ganze Serie von Symptomen hervorrufen, darunter Müdigkeit, Kopfschmerzen und Depressionen. Dazu können Schwermetalle das Gleichgewicht aller Körpersysteme stören, das Immunsystem schwächen und ein Risiko für andere schwere Krankheiten darstellen. Das natürliche Entgiftungsmittel Zeolit entsteht, wenn vulkanische Lava auf Meerwasser trifft. Es ist negativ geladen und hat eine Bienenwabenartige Struktur. Auf diese Weise kann es sich wie ein Molekularsieb verhalten. Natürlich gebildetes Zeolit hat einen hohen Anteil an bioverfügbarem Siliziumdioxid, das für seine positiven Auswirkungen auf Haare, Haut, Nägel und Gelenke bekannt ist, sowie für zahlreiche weitere gesundheitliche Vorteile. Sie können bei einer einfachen Google-Suche mehr darüber erfahren. Clean Slate von RUT Wellness ist eine innovative Zeolit-Ergänzung, die Schwermetalle und andere Giftstoffe im Körper passiv und ohne Nebenwirkungen entfernt. Die Zusage von Clean Slate ist einfach, wenn Sie die Ursache für eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen und Krankheiten beseitigen, kann Ihr Körper endlich damit beginnen, sich selbst zu heilen und wieder zu einem optimalen Wohlbefinden zurückzufinden. Aber da Sie sich dieses Video anschauen, haben Sie wahrscheinlich einige unbeantwortete Fragen über die Wirksamkeit von RUT Clean Slate. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass Freunde von Ihnen es einnehmen, und Sie möchten wissen, ob es was bringt oder nicht. Zum Glück haben wir auf unserer Webseite einen ausführlichen Bericht veröffentlicht, der viele der wichtigsten Fragen beantwortet. Sie müssen nur auf den Link unten in der Beschreibung dieses Videos klicken, so können Sie entscheiden, ob diese Ergänzung zur Entgiftung das Richtige für Sie ist.